Norddeutscher Rundfunk 2021 So wie das Gewitter-Vorhersagen ist, soll es ja schwere Gewitter geben. Also müssen wir jetzt reagieren. Musik Das ist die schönste Veranstaltung in ganz Europa. Das ist super hier. Das steht auf die Höhe und dann die Rest kommt hier. Wirklich. Es ist eine Krankheit. Musik Dachdeckermeister Traugott Grundmann. So, morgen zusammen. Seine 30 Angestellten. Der letzte Arbeitstag vor dem großen Käfertreffen. ... heute um 12 Uhr sein. Und zwar ... Neben seinem Dachdeckerbetrieb dreht der Chef noch das ganz große Rad. Er organisiert einmal in vier Jahren das größte uralt Käfertreffen der Welt. Morgen ist es wieder so weit. Mein erster Gang am Morgen ist natürlich hier in die Kiste, um zu gucken, wie wird das Wetter. Erst mal für meinen Betrieb, wo die Wolken hinmarschieren und ob sie überhaupt marschieren. Und da zu entscheiden, wen ich wann wohin schicken kann und welche Arbeit ich machen kann. Das ist sehr hilfreich. Und was unser Treffen angeht, muss ich jetzt mal gucken in die Vorausschau. Heute, morgen, habe ich also morgen Vormittag schönes Wetter. Das ist also bestens, da kann ich mich schon drauf freuen. Nachmittag gibt es so ein paar Tröpfchen, ein bisschen Regen. Damit kann ich leben. Also wenn das so, wie vorhersagt, funktioniert, dann sind wir noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Das Wetter, ja, das beantrage ich. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, sehren Sie mal zu, dass es jetzt am Wochenende filmen bleibt. Das habe ich wieder die Angst. Das auf jeden Fall. Hessisch Oldendorf. Der gesamte kleine Ort an der Weser macht sich schick. Überall sind die Schaufenster geschmückt. In das kleine 18.000-Einwohner-Städtchen fallen in den nächsten drei Tagen 40.000 Menschen ein. Aus aller Welt. Und verantwortlich dafür ist eben nur ein einziger Mann. Er, Traugott Grundmann. Unser großes Motto ist, geht nicht, gibt's nicht. Also das heißt, wenn ein Problem da ist, wird sich angeschaut und dann wird auch irgendwo eine Lösung gefunden. Wen hat man da hinter Steuer gesetzt, Björn? Amrikaner. Alles dürfte er machen, bloß keine Beute fahren. Das letzte Riesen, you came here to drive this car. Yeah, looks like. Die ersten Fans und Blechstars sind schon da. Die Prunkstücke müssen in Position gerollt werden. Schließlich soll sie morgen jeder sehen können. Das ist ein Peter-Max-Müller-Rennwagen. Peter Max Müller war ein Rennfahrer in den 50er Jahren, der mit Käfer-Technik seine eigenen Rennwagen gebaut hat. Und die waren so erfolgreich, dass er mehrere Weltrekorde aufgestellt hat mit diesen Autos. Ist einer von den überlebenden Exemplaren, noch in einem wunderschönen Zustand. Junge, totschick. Totschick, oder? Ja, noch mal. Guten Morgen. Die Polizei ist da. Hauptkommissar Brandes und sein Kollege Dorndorf. Geht das so? Sehr gut. Zu weit vorne oder zu weit hinten? Nee, können Sie ein bisschen weiter nach hinten. Dann müssen wir unten drehen. Deswegen sag ich das ja. Das ist nicht so wie heutzutage, Hebelheben, sondern hier unten sind solche Flügelschrauben. Die werden hochgedreht. Andere Seite auch. Jan, das ist, die Polizisten waren früher vielleicht ein bisschen kleiner. Ich weiß es nicht. Ich hätte den Vorschlag, ich weiß es nicht. Also ich hätte jetzt den Vorschlag, dass das Ding erst warm fährt. Sonst macht das glaube ich, dass ich erst mal fahre und er sich anguckt, was ist. Und dann setzen die beiden sich erst mal rein und dann macht er unterwegs. Wenn er warm ist, machen wir den Fahrradwechsel, weil es fährt sich auf jeden Fall angenehmer, wenn er warm ist. Gut, machen wir so. Hauptkommissar Brandes und sein Kollege Daumdorf von der hessisch-Oldendorfer Polizei leiten morgen den Einsatz beim großen Käfer-Treffen und müssen Streife fahren. Aber wenn schon, dann stilecht. Die Zentrale, das Käfer-Organisations-Komitee. Alle machen mit, freiwillig. Wie schaut es bei euch aus? Läuft alles? Nein, ich mache es unter Kontrolle. Thomas, wo gibt es Probleme? Bitte? Keine. Keine Probleme höre ich gerne, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es überhaupt keine Probleme sind. Wie schaut es denn aus bei euch? Was macht die Anmeldung? Probelauf gelaufen? Die Wissen sind vorbereitet, die Startnummern sind vorbereitet. Die Startnummern sind vorbereitet. Griffbereit. Gebt Gas. Gebt Gas. Gebt Gas. Alles klar. So, ihr habt es gehört, Mädels. Vor 14 Uhr sind die Programme nicht da. Wir öffnen erst, wenn die Programme da sind. Und? Alles klar? Ja. Währenddessen mitten auf der Landstraße 434. Hauptkommissar Brandes lernt Käfer. Die Kuppel, während die Drehzahl abfällt, suche ich mir den dritten Gang. Ja. Und mache ihn gefühlvoll rein. In dem Moment, wo der Motor die richtige Drehzahl hat, fluckt er dann von ganz alleine rein. Okay. Und das hier ist der Blinkerschalter. Das ist der Blinker? Ja. Sehr gut. Hallo, Kurt. Na, bist du schon genug gestresst von den ganzen Aufräumarbeiten hier? Geht so. Der alte Gutshof an der Weserstraße 16 wird geräumt. Hier hinter dem alten Gemäuer soll morgen die berühmte Käfer-Ersatzteil-Tauschbörse stattfinden. Maßarbeit hat Traugott Grundmann von der Pike aufgelernt. Denn bevor er Meister für seinen Dachdeckerbetrieb wurde, war er Offizier bei der Bundeswehr, hat Piloten auf dem Kampfjet Phantom ausgebildet. Risikofreude und Akkuratessen. Beim Käfer-Treffen braucht er beides. Genau an diesen Stellen ist jetzt abgezeichnet. Hier hat einer seinen Stand vier Meter. Das heißt, er darf bis hierhin seine Sachen stellen. Alles, was da rüber geht, gehört schon wieder dem Nächsten. Weil wenn wir das nicht ordentlich planen, haben wir ein fürchterliches Durcheinander. Und wir leben davon, von diesem Treffen seit fünf Jahren, dass das alles, was wir machen, durchgeplant ist. Bestimmte Sachen können sie nicht planen. Aber nach bestem Wissen und Gewissen sind alle Eventualitäten eingebaut. Das kommt durch meine frühere Ausbildung. Da musste ich sowas immer wieder jeden Tag vor Neuem tun. Und das hat sich so in Fleisch und Blut dann verewigt, dass ich das immer wieder weitermache. Die schimpfen natürlich manchmal. Muss dann alles bis zum letzten Detail geplant sein. Aber eine gute Planung ist schon die Hälfte von der Arbeit an so einem Treffen. Hauptkommissar Brandes darf inzwischen fahren. Wichtig immer mit Gefühl, damit sie keinen Unfall bauen. Doch plötzlich Qualm aus dem Kofferraum. Der ist beim Käfer vorne. Ich ahne was, ich ahne was. Ein Kabel ist durchgeschmort. Fahren geht noch. Schnell zurück. Immerhin, Hauptkommissar Brandes kann jetzt Käfer schalten. Wie war der Eindruck? Es ist was ganz anderes. Ich komme aus einer ganz anderen Zeit. Zeit des ESB. Ja. Und das ist schon was ganz anderes. An die Bremse haben Sie sich gewöhnt? Die Bremse habe ich mich gewöhnt. Man muss da aufpassen. Auch von der Lenkung mit den dünnen Reifen. Aber macht Spaß, mal so alles aufzufangen. So ein tolles Gefühl, alles ist offen. Also der Fahrer hat bestanden, der Elektriker muss nassitzen. Elektriker muss nassitzen? Als das Blaulicht eingeschaltet wurde, das Blaulicht geht über ein Relais. Und dieses Relais hat einen Kurzschluss bekommen. Dadurch ist das Kabel, was zum Blaulicht geht, verschmort. Jetzt müssen wir sehen, wenn die Polizei fährt, muss das Blaulicht funktionieren, wie wir das jetzt wieder regeln. Wir werden hier ein neues Kabel einziehen. Das ist ein bisschen Strafarbeit, die ich heute Abend machen muss. Die ersten Gäste rollen an. Plötzlich verdunkelt sich der Himmel. Bei dem einen Schwimmer muss ich das Dach hochmachen. Mach doch das Dach mal bei dem Schwimmer da hinten hoch. Und dabei stand schon alles. Das Problem ist, dass eine fürchterliche Regenwolke und Front auf uns hier zukommt. Und wir müssen jetzt sehen, dass die Autos, die noch irgendwo offen sind, zumindest abgedeckt sind, damit da nicht Riesenwasser verlegen, dass das Auto reinkommt. Und so wie das die Wettervorhersagen ist, soll es ja schwere Gewitter geben, also müssen wir jetzt reagieren. Und das tun wir auch. Ich hoffe nur, dass die Autos jetzt rechtzeitig ankommen und nicht noch im strömenden Regen hier anfahren müssen. Dann ist natürlich der letzte Spaß verloren. Wir wollen sie alle freundlich begrüßen hier. Aber es ist eigentlich Zeit, dass sie jetzt kommen. Erst Aufbau, dann Abbau. Der Zeitplan trudelt. Das ist jetzt eh nicht gerade. Zieh doch alles weg. Waren wir so gar nicht verrückt. Guck doch mal nach oben. Bis jetzt ist hier nichts gekommen, ne Björn? Unbeeindruckt von den Gute-Laune-Parolen des Chefs arbeiten die anderen weiter. Das zieht doch an uns vorbei. Ich weiß gar nicht, wie ihr so einen Wirbel macht hier. Dramatische Fehleinschätzung. Nichts zieht vorbei. Der Himmel platzt direkt über hessisch Oldendorf. Der Tag ist gelaufen. Traugert Grundmann zu Hause bei seiner Frau Alexandra. Verheiratet sind die beiden seit 43 Jahren. Wie war's denn? Wie war's? Stressig, wie immer. Aber wir haben alles so weit geregelt. Möchtest du auch was getrinken? Gerne. Sind schon viele da? Ja, auf dem Campingplatz schon über 100 Fahrzeuge. Aber der säuft gerade ab wegen dem Schauer. Aber da müssen wir jetzt mit Sand und Schaufeln hin. Aber das muss ich nachher noch mal kontrollieren, ob das alles läuft. Also, er will schon immer sehr perfekt sein. Zu Hause ist er ja nicht immer so. Da muss ich immer drauf achten, dass er ein bisschen perfekter ist. Aber das passt schon alles. So. Stimmt doch. Bist ein bisschen schlampig. Das kann man ja nicht sagen. Wir haben eine Aufteilung. Er macht's draußen und ich bin fürs Haus und Familie zuständig. Das hat auch bis jetzt immer gut geklappt. Ne? Warum muss es nicht klappen? Ja. Aber man braucht natürlich so, wenn man so ... Mit Betrieb muss ich ja auch sehr genau sein. Das wird ja auf den Baustellen ja auch verlangt. Und wenn Sie da so genau sind, dann brauchen Sie doch irgendwo mal so ein Ventilös, die Luft ablassen können. Und dann räume ich meine Schuhe natürlich nicht richtig auf. Oder das Waschbecken ist nicht so sauber, wie sie sich das vorstellt. Aber sie ist ja ganz witzig immer. Dann hat sie neulich mir so einen Teller hingestellt. Und da war so ein Cent drauf. Hat sie gesagt für die Putzfrau. Das heißt, wenn ich mein Waschbecken nicht sauber mache, guck ich auf diesen Teller, muss schon wieder lachen. Dann mach ich es wirklich sauber. Wie soll man es denn sonst machen, ne? Sein eigentliches Wohnzimmer ist hier. Traugert Grundmanns privates Käfermuseum. Etwa 70 Autos hat er in den letzten Jahrzehnten gesammelt, getauscht und restauriert. Technik, die noch Spaß macht. So simpel wie ein Lego-Bausatz. Neben Sonderkarosserien hat er vor allem Bullis und Käfer. Neun Uhr abends, nachsitzen. Das Blaulicht muss noch repariert werden. Das ist ja das Schöne an diesem Käfer, dass das alles logisch aufgebaut ist. Geh der jetzt an? Nein. Ja. An? Ja. Gut. Das ist natürlich auch jetzt für mich eine Ehrensache. Ich kann der Polizei kein Auto geben, was dann hinterher nicht funktioniert. Dann mach ich mich irgendwo lächerlich. Der nächste Tag. Jetzt gibt's kein Halten mehr. Über 700 Käfer rollen in den kleinen Ort hessisch Oldendorf ein. Blechlawinen von zum Teil großem Sammlerwert. Käferfans aus 24 Nationen und 40.000 Besucher werden erwartet. Traugert Grundmann ist schon wieder auf den Beinen. Standesamt hessisch Oldendorf. Dann wollen wir mal sehen, dass wir hier Platz schaffen für unsere große Kapelle heute Abend. Ja. Dann müssen wir hier einen schönen Stuhl erstmal an die Seite räumen. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Hilfe, aber der hat sich jetzt verdrückt. Dann müssen wir beide das machen. Einfach mal. Der Tisch muss raus, hat er Platz brauchen. Hier oben liegt sowieso keiner. Da haben wir ja Glück. Dann wollen wir mal sehen, dass wir den hier rauskriegen. Der improvisierte Campingplatz. Du kannst ja hier zwischen den Bäumen theoretisch auch noch was reinpacken. Mach den erst auf, wenn hier wirklich auch zwischen den Bäumen geparkt ist. Weil wir müssen jeden Zentimeter ausdusten. Genau. Es wird immer voller. Kontrollfahrt nach dem großen Platzregen gestern. Die Aufräumarbeiten haben geklappt. Gegen Matsch und Pfützen liegt jetzt Stroh. Gut für die Gäste, denn die kommen aus allen Ländern. Enjoy your breakfast. Guten Morgen. Guten Morgen. Und? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Wie immer. Wie immer? Ja. Und jetzt schon schön gefrühstückt? Ja. Eure dänische Gruppe hält ihr euch zusammen. Ihr habt eure Fahnen da. Die anderen sind schon in der Stadt oder wo? Ja, ja. Die fahren nach Schuh-Shop. Schuh-Shop? Ja. Die Frauen fahren nach Schuh-Shop. Ach so. Ja, ja. Die geben das. Die geben das. Ja, das ist richtig. Das ist die richtige Arbeitsteile. Nein. Welcome to Escher-Ollendorf. Thank you very, very much. So, where are you from? Australia. Wales. We came all the way down. Hello everybody. Morning. So, having your breakfast? Yes. Had any problems yesterday night with the rain? No. You all having a good time so far? Apart from the mosquitoes. Apart from the mosquitoes? We don't like the mosquitoes. Oh. What happened? They ate me. Entschuldigung? Grundmann? Auf dem Campingplatz bin ich jetzt oben. Und wir müssen gerade hier ein bisschen was tun. Ja. Schau doch auf die Arbeit. Nein. Wir regeln. Ja, wir regeln das alles. Und wenn ich unten bin im Büro, dann kriegen wir das auch geregelt. Ich komme aus Holland. Und ja, das ist das schönste Veranstaltung eigentlich für uns hier in Europa. Das ist super hier. Das steht auf die Höhe und dann der Rest kommt hier. Wirklich. Das ist wie eine große Familie. Und in der Käferszene ist es so, die VW-Leute fühlen sich irgendwo, egal aus welcher Nation sie kommen, irgendwo zusammengehörig. Und das ist das Schöne daran. Man spricht unterschiedliche Sprachen, hat aber dasselbe Hobby. Man lernt nette Leute kennen und das ist eine sehr entspannte Atmosphäre. Stadtszentrum. Die Party ist in vollem Gange. Traugert Grundmann ist jetzt ein bisschen wie ein Promi in der Fußgängerzone. Wildfremde Menschen wollen ein Foto mit ihm. So, you having a good time so far? Very good. Ja? Wir haben alle in der Anweisung, hab ich ja gesagt, darauf hingewiesen, dass da ein Stück um zeltendlich ist. Christian Grundmann, Traugerts Sohn und seine rechte Hand. Jeder hat seine eigenen Baustellen. Beim großen Käfertreffen sehen sich Vater und Sohn eigentlich nicht. Es sei denn, es gibt einen Sonderauftrag, so wie jetzt. Christian muss der Polizei von Hessisch Oldendorf noch den Streifenwagen vorbeibringen. Das Blaulicht ist ja repariert. Hauptkommissar Brandes und sein Kollege Dorndorf warten schon. Und Christian ist genauso gut im Organisieren wie sein Vater. Ich würde erst mal eins machen, ich würde jetzt einfach in die Stadt reinfahren. Da geht's ja auf dem Marktplatz zu, dann halt. Und dann auf dem Kirchplatz, da stehen die Polizeiautos dann halt. Währenddessen wieder im Standesamt. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ihr seid mit der Technik da? Ja. Klasse. Reicht euch das? Wunderbar. Sollte doch reichen. Ihr habt eure Steckdosen mit allem drum und dran. Wenn ihr so nett seid, keiner von den normalen Leuten darf hier oben hoch. Die Karpette darf hier oben hoch. Bitte da nicht anfassen. Ihr könnt die Stühle benutzen. Hier vorne kommt hier der Trassenband hier vorne vor. Die könnten also bis zur vorletzten Stufe hochgehen, aber höher nicht. Und wenn's nicht klappt, sagst mir Bescheid. Haben wir das jetzt mit den Marken fürs Rote Kreuz geregelt? Gut. Oben im Rathaus hat sich der Bürgermeister Harald Krüger extra drei Tage Urlaub genommen, um mit anzupacken beim großen Käfertreffen. Er hat sich eine Überraschung ausgedacht. Dem engagiertesten Mitglied seiner Gemeinde will er mal richtig Danke sagen. Und zwar mit der höchsten Ehre, die er zu vergeben hat, eine Urkunde. Was Traugurt Grundmann bewegt alle vier Jahre, wie nach London eine Olympiade gegangen ist oder in andere Städte internationalen Ausmaßes, das ist für uns halt die VW-Käfer- oder VW-Veteranen-Olympiade. Und da sind wir unheimlich stolz drauf. Heute Abend soll es soweit sein für Traugurt Grundmann. Der ahnt noch nichts von seinem Glück. Wie viele Kilometer Vater und Sohn an diesem Wochenende laufen, ist kaum noch messbar. Das Punktstück neben der Kirche, dieser 3806, weltweit der älteste zugelassene Käfer, Prototyp Baujahr 1938, hat ein Problem. Ja, hier ist ein Vogel, leider in den Notdruck verrichtet. Jetzt wollte ich das noch mal wegmachen, weil es von dem Lack nicht so schön ist, dass er derzeit drauf bleibt. Das ärgert mich einfach, wenn ich das Auto, ich meine, man sieht es jetzt schon, ist jetzt schon eingegangen, müssen wir das machen. Aber ich nerv's, dass mir das Auto so schön aussieht, dann sind da plötzlich weiße Flecke drauf oder so. Hallo. Sauberkriegen kriechen leider nicht. Er ist schon erst hinten. Oh, danke schön. Ah, danke schön. Wieder. Das Problem ist ja eh schon, ist alles schon drinnen. So. Oh. Oh. Christian ist den Fußstapfen seines Vaters schon sehr nahe. Chaotisch manchmal. Ja. Also mein Vater ist Perfektionist, während ich chaotisch bin dann halt in dem Bereich. Aber sonst war das gleiche Ziel, kriegen wir schon hin. Währenddessen beim alten Gutshof. Die Käfer-Ersatzteil-Tauschbörse hat inzwischen angefangen. So, wo ist jetzt unsere Anmeldung? Warum ist hier keiner? Hallo. Hallo. Das Problem ist, dass hier vorne eine Anmeldung hingehört, die genau den Händlern sagt, wo ihr Platz ist. Und im Augenblick sehe ich hier vorne keinen. Deswegen sehen sie mir wichtig, dass man hier rumfährt. Das wird kontrolliert. Das sind so jetzt die Heiligenhallen, wo also doch ... Maritäten verkauft werden, die man sonst in dieser Größe und in dieser Anzahl selten findet. Und das ist wie so ein ... Wie so Weihnachten für viele Sammler, hier etwas zu finden. Alles da. Käfer-Schrauben, Käfer-Türklinken, Käfer-Rücklichter. Aber Traugert Grundmann muss Probleme lösen. So, jetzt wollen wir unten gucken. Gehen wir mal hin bei den Schweden, die geschimpft haben. Gehen wir mal hin. War das denn schon gedacht, dass das jetzt alles auf ist? War das denn schon so gedacht? Ich hab ihm versprochen, dass er in vier Jahren hier vorne mitsteht wieder. In vier Jahren? Ja. Du bist ja ganz großzügig. Ich weiß gar nicht, ob ich vier Jahre wieder mache. Nach dem ganzen Stress, den ich jetzt hier mache. Das ist der Platz. Die Jungs sind nicht da. Und hast du mit denen gesprochen? Sind nicht zufrieden? Ist alles okay. Haben die jetzt genug Platz? Die haben reichlich. Wo lag das Problem? Wir wollten da stehen. Vor dem Gebäude. Aber das interessiert uns gar nicht. Das mache ich auf einer Backe. Denn die können froh und glücklich sein, wenn sie ihren Platz gekriegt haben. Und wir machen das nicht nach Wunschern oder so, wie wir das angeteilt haben. So, ist alles klar jetzt mit allen? Wie der Vater, so der Sohn. Mach doch mal hoch, dann da aufsitzt, ne? Alle los dann, ne? Holger! Los! Holger! Alle Schwimmwagen! Los, wir fahren jetzt. Vorne, alle in die Richtung, bitte. Da hinten geht's hin. Und jetzt so, erstmal alle Menschen zusammenzukriegen, dass wir auch losfahren dann heute so. Erstmal bis der erste Ausdruck ist dann. So, aber jetzt geht's dann langsam. Jetzt fahren wir alle aus. Der Höhepunkt des Käfer-Treffens. Die Schwimmwagen-Show. Wie der gute alte Käfer fahren auch die Schwimmwagen mit einem VW-Motor. Und jetzt geht's in die Weser zum Schwimmen. Zeitgleich muss Traugott Grundmann alle zusammentrommeln. Zeit für die Ausfahrt. Macht euch fertig, in 15 Minuten geht's los. Die, die Lust haben, machen jetzt mit ihren Käfern, Bullis und Sambas einen kleinen Ausflug zur Weser runter. Schwimmwagen gucken. Mit dabei Hauptkommissar Brandes und sein Kollege Dorndorf. Unten an der Weser. An dieser Stelle ist der Fluss 2,50 Meter tief. Die Gehäuse sind wasserdichte Stahlblichwannen. Das Schwimmen klappt, weil die Autos eine dreiflügelige Schiffsschraube haben. Nach fünf Kilometern flussabwärts kommen die Wagen wieder raus. Und dank Allradantrieb gelingt das auch. Allen. Bis auf einem. Christian. Der treibt ab. Immer weiter den Fluss hinunter. Und plötzlich ist er weg. Verschollen auf der Weser. Währenddessen der Vater beim Standesamt. Die Eltern ahnen nichts. Ich bin mit stolz. Ich freue mich, dass alles so gut klappt und die Menschen alle so glücklich sind. Das ist der Punkt, auf den man hingearbeitet hat. Endlich mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Mal keine Verantwortung für ein paar Minuten tragen, denn die Verantwortung haben die jetzt da oben, die gemütlich machen. 15 Kilometer hat's ihn abgetrieben. Wieder anlands, Christian. Er nimmt's sportlich. Die Strömung war sehr hart. Der Wagen hat schon sehr gekämpft. Dann ist plötzlich eine Kette oder so gerissen. Hier sind Ketten drin, die treiben das an. Somit haben wir keinen Antrieb mehr gehabt hier. Gefahr bestand gar nichts, sondern einfach nur, dass in Bremen rausgekommen ist. Aber das wäre es gewesen. Jetzt kommt das große Finale am Abend. So, pass auf. Wer kann mir erklären, was wo ist und was gedacht ist von euch? Sie macht das. So, also haben wir eins, zwei, drei, vier. Drinnen haben wir nochmal zwei. Und im Restaurant. Und ab wann seid ihr startklar? Wir füllen jetzt und dann gibt's Vorspeisen und dann geht's los. Ja, es könnte erst losgehen, wenn ich was gesagt habe und wenn wir die ganzen Leute begrüßt haben. Ich frag den Chef, was er sagt, wie lange er noch braucht. Ja, deswegen, ähm, ja, frag mal. War nix. Die haben das Problem, ich nicht. Die müssen sehen, wie er essen wollen bleibt. Das ist nicht mein Problem, das ist deren Problem. Ist ja klar, wenn wir um 19 Uhr anfangen, dass erstmal was gesagt werden muss. Und das müsste eigentlich jeder wissen. Wir werden es ja sehen, ob es ein Problem gibt oder nicht. Das funktioniert. Das wollen wir auf Asien. Es wird ja richtig heiß reingestellt und es funktioniert. Ihr habt da kein Problem. Nein. Also ich bin so erzogen worden, wenn ich eine Sache mache, mache ich sie richtig. Und mit den Leuten, die so nebenan oder nebenbei etwas machen, können sie Straße pflastern. Entweder richtig oder gar nicht. Jetzt kommt meine Frau, das ist schon mal was Gutes. Komm rein, komm, setz dich hin. Wir sitzen bei den Gästen hier. Such dir was aus. Eins, zwei, drei, vier, lass sie mich so in die Mitte setzen. Das ist besser. Ich kann die schnelle Abkommen, ne? Nein, das ist ganz gut so. Es geht los. Vater und Sohn auf der Bühne und sogar ein neuer Rekord. Wie wir es bei jedem Treffen gemacht haben, möchte ich die einzelnen Nationen hier wieder begrüßen. Und diesmal haben wir einen neuen Rekord. Wir haben diesmal 40 Nationen hier. Das sind nochmal 16 Nationen mehr als beim letzten Käfertreffen. Und jetzt kommt die Stunde der großen Bürgermeisterüberraschung. Auf Englisch, damit es auch jeder versteht. A little sheet of paper, which is a Ausdruck. It means the special inhabitants here who are in Hessisch-Ollendorf. I'm very proud of you. Thank you very much. Na ja, gut, das ist ein Stück Papier, was man irgendwo an die Wand hängt und sagt, okay, die Bürger von Hessisch-Ollendorf haben doch erkannt, dass das Treffen auch der Stadt Hessisch-Ollendorf gut bekommt. Und man merkt also, dass man auch anderen Menschen damit ein bisschen Freude gemacht hat. Und das ist doch eine Sache, für die man gearbeitet hat. Traugott Grundmann. Zuverlässig wie ein Käfermotor. Der läuft und läuft und läuft. Das ist the big stuff. Go ahead. Who do you think you are? It's the big stuff. You're never gonna get my love. Now because you wear All those fancy clothes. It has a big fine car. Oh, who else should do now? You're never gonna get my love. 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 Untertitelung des ZDF, 2020